Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zum schlimmsten Albtraum auf der Erde. Nein, zum Beispiel es geht zwei Schilders auf Amm mit dem schlimmsten Albtraum oder dem zweitschlimmsten im Augenblick, weil wir befinden uns immer noch im Betrachter-Tangeon, den wir zum größten Teil schon aufgeklärt haben. Aber es fehlt noch ein bisschen was. Ah ja. Vor allem fehlt uns Platz im Inventory. Haben wir nicht noch irgendwas, was wir hier rausschmeißen könnten? Vielleicht fünf Heiltränke oder so? Wir können die mal rausschmeißen. Dann können wir den Prokardisch. Sehr schön, da hat er nur eins rausgeschmissen. Wie freundlich. Dann können wir den Prokardisch. Zwei Sachen auch noch da reinpacken. Gibt es noch mehr, was wir irgendwie da reinpacken könnten, wollten? Außerdem Töpelring natürlich. Rüstung der Viper. Ist eine Lederrüstung. Die hat von niemandem gut benutzt werden können. Ja gut, hier brauche ich eh nicht rumprobieren. Die Sachen sind eh viel besser. Ah ne, lassen wir mal. So. Ja, wir könnten Yoshibos Herz noch da rein stoppen. So, jetzt sind wir hier voll. Wir sind überall voll. Sie ist voll mit Bolzen. Der kann doch da rein. Den Schutzring können wir doch gut gebrauchen. Vielleicht. Mal sehen. Gut, machen wir kurz ein Quick Save. Was wir jetzt nicht nochmal alles machen müssen. Und jetzt können wir uns weiter um diesen Dungeon. Ja, hier unten. Müsste irgendwo jede Menge Tod auf uns warten. Ja. Nun gut. Okay, okay. Verstanden. Oh, und sogar noch was zum Plündern. Was wir nicht gerade plündern können mit I.B.M. Zauberauslöser. Und natürlich hat es nicht geklappt. Okay. In Kürtus. So. Wir haben ein paar Betrachter-Gauns angepisst. Ich mag, was immer ihr wünscht. Habt ihr einen Plan? Ja, wenn ihr es wollt. Bei Tormi, ich werde euch erledigen. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Nächstes Mal. Das finde ich nicht so schön. Schwer. Führt mich an, mein Freund. Ach du mein Gott. Guckt euch das an. Äh. Ja. Neue Idee. Wir ziehen uns noch weiter zurück. Ja. Keine große Herausforderung. Ja. Verstanden. Ja. Das sind dann doch ein bisschen arg viele Betrachter. Hm. Nun gut. Die wir in Betracht ziehen müssen. In Kürtus. Schön. Die Natur könnte selbst Tiereinzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Okay, meine Feuerbälle, die geht ins Leere. In Kürtus. Äh. Okay. Keine große Herausforderung. Verstanden. Okay, schön. In Kürtus. Ein Kürtus. Na, weil jetzt sind sie uns nicht gefolgt. Soviel dazu. Ich vergesse eh immer Schutz vor Furcht. Äh. Hm, keine große Herausforderung. So, bis hierhin sollte reichen. Äh, ja? Ja, wir machen mal einen Furchtenschutz an. Ich warte. Ja. Und du machst gleich Schutz vor dem Bösen an. Verstanden. So. Jetzt nochmal bitte. In kürtus. Das hat jetzt aber eingetroffen. Okay, sehr viel ist auf uns angepisst. Hast. Ich helfe, wo immer ich kann. Hast. Die Dienerin der Natur ist bereit. Segen. Gebet. Jetzt müsste das Viehzeug kommen. Okay. Okay, Rückzug. Rückzug sagte ich. Äh, Mist. Äh, Mist. Okay, aber so können wir sie ganz langsam aus der Reserve locken. Gebet. Okay. Okay, okay. Ja? Ich warte. Ich warte. Auf geht's. Ich helfe, wo immer ich kann. Ist was los? Geklappt. Geklappt. Jetzt darf, warum treffe ich manchmal nicht? Ich. In kürtus. In kürtus. In kürtus. Jetzt aber. Was kann ich tun? Was kann ich tun? So, hast. Ja. Schatz vor dem Bösen. Man hat den kürtus. Er zeigt mir, wohin. Und ich schlage zu. Das schnelle als Chick-Ticker Schnellpratze. So, Feuerbällchen. In kürtus. Keiner gefolgt. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocke. Hi. Ciao. Ich lade nochmal neu, weil das ist echt seltsam. Äh. Keine große Herausforderung. Äh. Schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. Ganz ehrlich, Eri, mach du das mal. Du hast einen Feuerballstab. Was ist jetzt? Ist das... Ich helfe wo immer ich kann. Oh ja, bevor ich sie da vergesse. So, jetzt müssen sie kommen eigentlich. Nun gut. Ja. So, das war ein älteres Todesorgel. Mal wieder. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Hm, wenn ihr es wollt. Okay. Das ist ein bisschen mehr als erhofft. Okay, okay. Das war mal wieder Thalysse. Ja, schon erledigt. Ich bin bereit. Wenn es das ist, was ihr wollt. Gut. Braucht ihr in Bayerlands Namen. Es soll geschehen. Nächstes Mal. Wenn ich der Gruppe weiterhin bin. Aber gerne. Okay, ja, hier rein. Rückzug. Und... Große Heilung. Meine Klinge wird euch schon zurecht stürzen. Und das sollte nicht sein. Und das ist... Ich warte. Ihr würdet doch keine Frage. Ich bin wirklich glücklich, feierab zu sein. Ich hab nie gedacht, dass wir uns nicht mehr als erholt haben. Uff, okay. Dann sind wir erst mal kurz in Sicherheit. Level up bei Immol. Das ist nicht schlecht. Sprecht frei heraus. Die Dienerin der Natur ist bereit. Nein, das war falsch. Wenn ich mich in einen Wolf verwandle, in dem Teil heile ich mich nicht. Das waren Fehlinformationen. Oder ein Fehldenken meinerseits. Hmm. Keine große Herausforderung. Nein. Nein.